Der liebe Yumai hat ein Video gemacht für mich. Ich hab keine Ahnung was passiert. Ich hab actually einfach keine Ahnung was passiert. Das Thumbnail ist schon so lost einfach. Ich zeig das einfach mal. Ich zeig das einfach mal kurz hier. Was ist das? Okay, ich hab Angst. Okay. Was zum Teufel? Das ist unfair da Silke mit rein zu holen. Da gewinnt man ja direkt. Nicer Content. Perfekt. Oh mann alter. Ein Genuss. Dafür brauche ich andere Musik. Nice. Black, Black, Black man. Danke. Ich bin Kevin, 30 Jahre alt, komme aus Hannover und auf Twitch kennt man mich unter den Namen Silke. Silke. Hä? Ich lass das einfach so. Deswegen heißt das Video auch einfach Don't Let Your Kids. Oh ey. Ich hab das nicht klar an. Genau. Aber jetzt. Hoch. Links auf die Lampe. Hoch. Rechts auf die Lampe. Okay. So. Und jetzt. Hoch. Rechts auf die Lampe. Oh mein Gott. Mit Call. Jetzt einfach hochjumpen. So richtig. Alter. Ich krieg. Anxiety. Wenn ich das Spiel schon sehe. Möglich gewesen ohne euch. Welche nicht gewonnen sind und keine Hände. Die dazu fähig werden. Was zum Teufel. Boah das ist so satisfying alter. Wie freut er sich denn. Ich hab dich abgeworfen. Junge. Digga. Das war so geil. Das war so geil. Alter. Chaos Mod. Ey. Beste. Me. Nice. Haha. Perfekt. Nein. Der ist dafür aber ganz schön dünn. Nice. Perfekt. Perfekt. Ich kack mir in die Hose. Gar kein Problem. Baby. So true. Ich liege immer so im Bett. So. So. Und dann liege ich so. Einmal mit dem Leuchtearsch. Stell bitte nichts an. Oh mein Gott. Bleib einfach sitzen. Okay. Angst. Potter. Denk drüber nach. Denk drüber nach. Bei mir darfst du gerne nachtsitzen. Komm einfach nicht dazu wie du nachtsitzt hast. Ich hab zu viel Spaß. Ich bin jetzt für euch da. Ich wollte noch was sagen. Das ist ja echt ein nötiger Felsen. Was? Seht ihr? Mehr aus dem Arsch. Danke. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Jetzt mach keinen Scheiß bitte. Warum ist der weiter gelaufen? Versuch's doch mal mit Lichtnahrung. Einfach in die Sonne stellen und Maul aufmachen oder was? Den Po ins Licht halten. Das einzige was mich jetzt noch hindern kann ist eine Wahl auf dem Dach. Das muss ich mir eigentlich den ganzen Tag geben. Nice. Das Thumbnail ist actually auto generiert von YouTube. Nice. Perfekt. Alter Digga ey. Oh mein Gott. Das ist so fuck gegen nice geworden ey. Oh mein Gott. Alter die Mühe. WTF. WTF. Oh man. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll ey. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin gerade richtig sprachlos. Alter was. Da sind Clips bei. Die kenn ich nicht mal. Ich dachte ich hätte schon alles durchgeguckt. Das ist. Mehr als al dente. Also. Oh mein Gott. Ich schwitze so. Ich bin fertig. Ich kann jetzt schon aufgehen. Ich kann jetzt schon aufgehen. Mir ist schon wieder genau. Ich fühle mich genauso schon wieder so. Ich fühle mich genau so als hätte ich schon wieder drei Tage lang durchgeheult. Oh Mann Alter.